Heute Abend geht es, wie der Name schon sagt, um den Club 27. Die können natürlich nicht hier sein, dafür begrüßen wir heute viele andere cool Gäste. Und zwar haben wir für euch aus der Schweiz, auf den Spuren von Jim Morrison, Dagobert, Moni Condessa und Sina Kempe. Wir begrüßen außerdem Gusto von Ablass für Massenkultur, Martin Schüler und Adam Greil im Dunkeln. So wie Mr. Go und Silke, Frank Sincer, Nola Boy und die Band Roxy Noir mit Chris Baker, Leo, Jillian, Terry und Paul. Und ich bin die Melissa. Hi! Durch die Ursache dieses Organversagens soll wiederum ein Überdosis Heroin gewesen sein, sagt Sam Burnett. Der frühere Manager des Pariser Nachtclubs Rock'n'Roll Circus behauptet, dass er Morrison in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 1971 selbst auf der Toilette gefunden hat. Der US-Sänger, dessen Drogen, Eskapaden und Alkoholismus kein Geheimnis waren, sei gegen 1 Uhr morgens in den Club gekommen. Agnes Varda, eine Freundin von Jim Morrison. Jims Freund Alain Ronay wohnte bei mir. Ich weiß, dass er den Nachmittag des 2. Juli mit ihm verbracht hat. Jim ging es nicht gut. Er war äußerst seltsam. Und Alain kam zu mir und sagte, dass Jim Wahnvorstellungen und Panikattacken gehabt hatte. Außerdem hatte er langanhaltende Schluckaufanfälle. Wir verabschiedeten Jim Correkt, der Manager des Doris. Und das war vielleicht mein größtes Achievement, weil wir es gehalten haben, bis es der richtige Weg war. Nichts zu schlafen. Aber wir wussten, was zu passieren, weil wir es nur mit Jimmy und Jan S. Und da wir es nie heute anbbt haben, sind wir nicht so, dass wir uns wirklich gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo ist Marrakesch? Unter den Fällen, dem wütenden Sturm, wo wilde Strecken am späten Nachmittag? Rhythmusmonster. Du hast dein Nichts gelassen und wird einfach mit der Stille. Jetzt ist er von uns gegangen und diesem Club beigetreten. Ich habe ihm immer gesagt, er soll diesem blöden Club nicht beitreten. Wendy Cobain O'Connor. Auf den Spuren von Kurt Cobain wandeln jetzt Chris Baker und Roxy Noir mit Lithium von Nirvana. I'm so happy cause today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke our mirrors, Sunday mornings, everyday for all I care. And I'm not scared, light my candle and I blaze cause I found God. Oh yeah yeah, I'm so ugly, that's okay. Oh yeah yeah, yeah yeah, yeah 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 yeah. Oh yeah yeah, yeah 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 yeah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I saw Amy on stage with Weller and his band, and then the awe, the awe that envelops when witnessing a genius. She was a fucking genius. Frau entschuldigt mich, während ich den Himmel küsse. Violetter Nebel ist überall. Ich weiß nicht, geht's auf oder abwärts mit mir? Bin ich glücklich oder in großer Mut? Dieses Mädchen hat mich verzaubert. Violetter Nebel in meinen Augen. Ich weiß nicht, ist gerade Tag oder Nacht? Du hast mir geraubt, geraubt den Verstand. Ist es morgen oder das Ende der Zeit? Nein, hilf mir. Nein, ja, violetter Nebel. Oh nein, nein, hilf mir. Sag es mir, sag es mir. Ich kann dich nicht weitermachen. Du brauchst mir den Verstand. Nein, 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 nein. Ihr bewegtes Leben und ihr früher Tod machten sie legendär und sicherten ihnen auf ewig einen Platz im sagenumwobenen Club 27. Jeder einzelne dieser großen Künstler hatte uns ein reiches und inspirierendes Erbe hinterlassen, das uns über ihren Tod hinaus bewegt, bereichert und Anlass zum Nachdenken gibt. Irgendwo zwischen musikalischer Rebellion und zeitloser Kunst, zwischen kontroversen Genie und der so oft damit einhergehenden Tragödie, die zur Unsterblichkeit führt, lassen wir die großen Namen der Musikgeschichte für eine Nacht wieder aufleben, um ihren Kampf, ihre Ideale und ihr Lebenswerk nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wieder einmal trifft eine exklusive Melange schillernder Persönlichkeiten des Entertainments aufeinander mit dem Ziel, sie auf eine vollkommen neue Art zu begeistern. Wir sehen jetzt, performt, von Sina Kempe mit Roxy Noir, The Gids, Second Skin und gedenken an Mia Zapata, die mit 27 brutal ermordet wurde. Die Gids, Second Skin und gedenken an 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Brian Jones von den Rolling Stones Geboren am 28. Februar 1942 im Shelterheim Nach zwei Polizeiinterventionen bescheinigte ihm selbst sein Gericht er habe zwar einen IQ von 133 aber schwanke zwischen einem passiven, abhängigen Kind mit einem verwirrten Erwachsenenbild und einem Pop-Idol Im Juni 1969 besuchten ihn Mick, Keith und Charlie zum letzten Mal auf seiner Farm um ihnen seinen Abschied von den Stones mit fast 2 Millionen Dollar zu erleichtern Frau Love, trotzdem gewann sie 1997 drei Jahre nach seinem Tod für ihre Rolle in Larry Flint einen Golden Globe Warum ging es danach nicht steil bergauf in Hollywood? Mir wurde wirklich vieles angeboten was später einen Oscar gewann aber es wäre unanständig hier alles aufzuzählen Ich habe lange gebraucht um die Regeln von Hollywood zu begreifen Früher wurde ich zu Furie wenn ich bei einem Agenten nur die Nummer 2 war I want to be the girl with the most cake haben sie mal gesungen Sie wollten immer das Mädchen sein das das größte Kuchenstück kriegt Ich bin nicht Cameron Diaz Ich zeige nicht ständig allen meine Zähne Das liegt nicht in meinem Wesen Das hat wohl was mit meiner Lebensgeschichte zu tun Das Wichtigste für mich ist inzwischen genügend Selbstwertgefühl zu haben um mit allem umzugehen meiner Drogensucht und meiner Sucht nach Schönheitsoperationen Und ich werde es sagen Ich bin das was man langsam im Kopf nennt Wie ich die Metamorphose vom Hyperaktiven zum Beton durchlaufen habe ist in Ermangelung eines besseren Messers an einer Kehle ärgerlich enervierend, verwirrend und so dicht wie Beton In Beton gibt es keine anderen Gesteinsarten Darin findet man nicht einmal Katzengold Er ist durch und durch Männerwerk und du hast mir beigebracht dass es okay ist ein Mann zu sein und in einer klassischen Männerwelt führe ich dich stolz vor wie den Ring an meinem Finger in dem ebenfalls kein Stein ist Love, Kurt In der Zeitung stand dass sie viele seiner Sachen bei Christies versteigern lassen wollen um einen Schlussstrich zu ziehen Ich werde nur ein paar Gitarren für Francis aufbewahren seine Sammlung von Affenpuppen und ein paar Hemden Wir hatten einen riesigen Raum voll mit seinen T-Shirts und Socken und Unterhosen Wir brauchen all dieses Zeugs nicht und vor allem brauchen wir nicht diese Energie, die es ausstrahlt Was machen Sie mit all dem Geld? Vielleicht werde ich eine Entzugsklinik gründen Wenn du jemanden die die Krankheit von der Krankheit von Affenpuppen du wirst die Telefonnummer du wirst die Telefonnummer da wird eine Telefonnummer Die Sincere hope that the call will be from the addict themselves telling you they've had enough that they're ready to stop ready to try something new Of course though you fear the other call the sad nocturnal chime from a friend or relative telling you it's too late it is impossible to intervene das sometimes i go out by myself and i look across the water and i think Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020